So, guten Morgen. Heute sind wir unterwegs aufs Scherhorn. Wir starten gerade vom Klausenpass, jetzt ist es halb sieben, sind heute in der Früh von Zürich weggefahren. Dabei sind der Alain und der Erik, die sind da jetzt schon vorgewatschelt. Wetter sieht gut aus, nur am Nachmittag kommen wir dann die Witte, aber da schauen wir, dass wir wieder zurück sind. Das sollte reichen. Ja, das war es gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020